Es wird glaube ich Frühling, also zumindest fühlen sich die Temperaturen hier im Studio so an. Ich habe gerade, weil ich ein bisschen unvorbereitet heute war, weil ich ja nicht dran dachte, dass wir Donnerstag kein Video machen, sondern das heute machen. Am Dienstag kam ich heute so mit Hoodie und ganz normal, Gott sei Dank noch ein T-Shirt drunter gehabt in die Firma und dann kam gerade noch der Börsenpunk, der Jochen zu mir und sagte, komm, wir zeichnen was auf für Freitag. Da habe ich das Hoodie noch an und da habe ich gedacht, boah, also ich gehe hier ein und ja, von daher heute nur im T-Shirt. Wie gesagt, ein bisschen ungewohnt, weil eben Donnerstag bin ich nicht da. Kollegen haben gesagt, kannst am Dienstag, klar, wir haben jetzt nur einen richtigen Handelstag gehabt zwischen den letzten Videos. Entsprechend wenig ist natürlich auch passiert. Gold hat sich ein bisschen bewegt, bewegt sich auch gerade noch ein bisschen in die falsche Richtung, meiner Meinung nach, knickt gerade so ein bisschen ein. Es ist die Frage, ist das hier irgendwie so ein Boden? Wir sind ja hier in diesen etwas breiteren Unterstützungsbereich zurückgefallen, wo man sagen kann, ja, wir hätten eigentlich das Minimum erreicht. Wir müssten jetzt nach oben drehen und da müssen wir mal schauen, wie sich diese ganze Bewegung nach oben gestaltet, um eben sagen zu können, ja, wir haben hier einen Boden erreicht. Momentan ist es eben so, dass der Markt einpreist, dass dieser Zinsanhebungszyklus der Bundesnotenbank, der Federal Reserve länger geht, als viele gedacht haben. Jetzt ist es momentan so, dass man damit rechnet, dass der tatsächlich bis in den Bereich von 5,25 bis 5,5 Prozent Zinsen gehen wird. Und das ist so das Ganze, was so ein bisschen auf den Goldpreis lastet. Aber auch da sage ich Ihnen, er wird zu Ende gehen in diesem Jahr und ob es jetzt wirklich ein Viertelprozentpunkt mehr oder weniger ist, am Ende wird es nichts ausmachen. Aber man hat natürlich nach einer 300 Dollar Rallye und es waren ja über 300 Dollar gewesen, die wir im Top zugelegt haben, hat man so ein bisschen nach einem Grund gesucht, weshalb der Goldpreis korrigieren könnte. Man hat ihn jetzt gefunden, jetzt ist diese Korrektur im Gange und wie gesagt, meines Erachtens sind wir schon relativ gut in den Bereich zurückgefallen. Wenn es denn wirklich hier nicht reichen sollte, dann würde man hier wahrscheinlich so eine Bewegung sehen und würden hier nochmal in den Bereich 17,80 bis 17,50 fallen. Aber ich glaube nach wie vor und habe eigentlich wenig Zweifel daran, dass wir im Laufe des Jahres noch wesentlich höhere Goldkurse sehen würden. Und deshalb glaube ich, dass es eine ganz, ganz gute Gelegenheit ist, so peu à peu Positionen in diesen nächsten Tagen, vielleicht ein, zwei Wochen auszubauen. Silber, im Prinzip so ein ähnliches Bild, bloß irgendwie fehlt mir da so komplett der Schwung. Im Prinzip, wir müssten bei Silber mal über die 22,50 drüber gehen. Wenn wir über die 22,50 drüber wären, dann könnte man darüber diskutieren, ob der Boden erreicht ist. Wir haben im Prinzip am Freitag ein schönes Intraday-Turnaround gesehen, Intraday-Dreh nach oben. Wir hätten hier den Candlestick-Chart nehmen sollen, wir haben relativ langen Docht nach unten gehabt und dann trotzdem noch im Plus geschlossen. Von daher wäre das eigentlich ein ganz schönes Umkehrsignal gewesen, aber heute kommen halt so ein bisschen wirklich Zweifel auf, ob es das ist. Also schauen wir, wie sich der Tag noch entwickelt, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Ich glaube, wir könnten im Bereich eines Bodens sein, aber es ist eben noch zu früh, irgendwas mit Bestimmtheit oder Gewissheit zu sagen. Und gut, Gewissheit haben sie in der Börse immer im Nachhinein, von daher ist es natürlich ein bisschen billiger Satz gewesen. Was ist am Donnerstag passiert, Agnico Eagle hat sich zu Wort gemeldet, gleich der Hinweis, ich habe ein paar oder ein paar mehr Agnico Eagle Aktien im Depot. Agnico hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, hey, wir geben mal einen Ausblick auf 2023, auf das laufende Jahr. Woran sich der Markt gestört hat, war die Kostenprognose. Weil Agnico Eagle hat gesagt, unsere Kosten je Unse, also All in Sustaining, werden zwischen 1140 bis 1190 Dollar je Unse liegen. Damit ist Agnico Eagle im Branchenvergleich unter den großen Goldproduzenten nach wie vor spitze. Also sowohl bei Newman, als auch bei Barrick, als auch bei Anglo Gold, als auch bei Kinross, als auch bei Goldfields werden die Kosten höher liegen als bei Agnico. Aber der Markt sagt, hey, bislang habt ihr was anderes gesagt. Bislang habt ihr gesagt, eure Kosten sind niedrig. Und es ist tatsächlich so, dass Agnico bis jetzt gesagt hat, unsere Kosten liegen zwischen 1000 bis 1050 Dollar. So, jetzt ist aber wichtig zu wissen, wann hat Agnico diese Prognose herausgegeben. Und das war im Februar, im Februar 2022. Also, das war noch bevor diese ganze Inflationsgeschichte aufkam und so weiter. Das heißt also, der Markt ist bis jetzt davon ausgegangen, dass die Inflation an Agnico komplett spurlos vorbeigegangen ist und dass diese Kostenprognose noch gilt. Das ist, sorry, Bullshit. Entschuldigung, wenn ich es in dieser Deutlichkeit sage. Natürlich wird eine Inflation von 8, 9 Prozent, die wir in den USA hatten, nicht an den Goldproduzenten vorbeigehen. Natürlich ist es bei denen auch so, dass Zusatzstoffe wie Ziany teuer sind, dass Arbeitslöhne steigen, dass Energiekosten gestiegen sind. Das ist logisch und dass der Markt wirklich gesagt hat, das hier gilt noch, obwohl es von Februar 2022 war, unrealistisch. Dann, wundert mich, könnte man natürlich sagen, hey, die hätten den Markt auch mal updaten müssen. Es war damals ein Drei-Jahres-Ausblick, den man gegeben hat. Den können Sie nicht jedes Monat updaten, da sind Sie ja mit nichts anderem mehr beschäftigt. Also von daher, ja, die Kosten sind etwas höher, als auch ich gedacht habe. Aber das hier war komplett unrealistisch zu diesem Zeitpunkt. Und trotzdem hat der Markt zwischenzeitlich fast 10 Prozent auf die Agnico-Aktie abgeschlagen. In meinen Augen übertrieben. Und das nicht nur, weil ich die Aktie selbst im Depot habe, sondern weil ich einfach glaube, dass das hier wirklich ein übertriebener Abschlag ist oder eine übertriebene Reaktion auf das, was wir hier gesehen haben. Tech Resources ist der größte kanadische Rohstoffproduzent, hat großes Exposure noch in metallurgischer Kohle. Also die Kohle, die Sie brauchen, zum Beispiel zur Stahlgewinnung. Ist aber auch im Zink- und vor allem im Kupferbereich aktiv. Und im Kupferbereich ein sehr, sehr schönes Wachstumsportfolio, wo man eben durch ein Projekt in Chile die Kupferproduktion in den nächsten Monaten wahrscheinlich verdoppeln wird. Jetzt haben wir gesagt, hey, wir gliedern eventuell die Kohlesparte aus. Und das ist wirklich spannend, weil wenn man die Kohlesparte ausgliedert, dann sind bei diesen ganzen Fonds, die extreme Nachhaltigkeitskriterien haben, ist man plötzlich wieder investierbar geworden. Außerdem könnte das über einen klassischen Spin-out passieren, dass es quasi die Aktionäre bekommen. Und last but not least, Tech Resources wird durch den Spin-out, wenn es denn wirklich passiert oder wenn dieser Verkauf oder das Spin-out wirklich passiert, plötzlich so ein Übernahmeziel, denn sowohl PHP als auch Rio Tinto suchen stärkeres Exposure in Kupfer und möchten sich unabhängig von dem Eisenherz-Geschäft machen. Und es sind noch mehr Konzerne hier außen, die das durchaus vorstellen könnten. Und ich glaube sogar, so komisch das klingt, eine Barrick könnte interessiert haben, weil Mike Bristow hat öfters gesagt, hey, wir brauchen ein größeres Exposure in Kupfer. Und dann hat er auch gesagt, wir hätten ganz gerne als kanadischer Konzert auch ein bisschen so Zugriff auf kanadische Minen. Also Tech Resources, Wachstumsprojekte sind zwar in Südamerika, aber man würde ein gewaltiges Kupfer-Exposure bekommen. Also ich sage es da und Exposure, diese Englische gehörte eigentlich nicht rein. Also man würde ein größeres Kupfer-Geschäft oder eine größere Abhängigkeit von Kupfer bekommen, was man eigentlich wollte. Ist alles nur Spekulation, die Aktie jedenfalls sehr, sehr stark auf die Nachrichten reagiert. Wurde sogar Donnerstag ganz kurz richtig mal vom Handel ausgesetzt. Ist aber mittlerweile wieder voll handelbar. Und das, wenn natürlich Wirklichkeit wird, dann dürfte das für die Aktie noch ein zusätzlicher Schub bedeuten. So, wie gesagt, es hat sich relativ wenig getan. Und ich möchte mit Ihnen mal so ein bisschen durchgehen. Einmal so ein bisschen Klautung kommen, wo die Kollegen schon gesagt haben, länger als 20 Minuten. Nun bezeichne ich mit Gewalt aus dem Studio raus. Was sind denn momentan die Probleme dieses Goldsektors? Und insbesondere meine ich auch des Explorationssektors. So, ich habe als ersten Punkt mal aufgeschrieben, im Sektor fehlen die Storys. Ich kann mich erinnern, wir hatten schon Bärenmärkte, die wesentlich schlimmer waren als das, was wir jetzt momentan erlebt haben. Also der Goldpreis bei 1800 Dollar oder zwischen 1800 und 1900 Dollar sollte eigentlich kein Problem sein. Jeder verdient Geld, jede Bilanz ist im Prinzip gesund. Aber selbst im größten Bärenmarkt haben wir Storys gesehen, wie zum Beispiel eine K92, die von Apple und ein Ei damals die Mine, die Kainantumine von Barrick gekauft hat. Und das ist dann so eine Erfolgsstorie gewesen. Wir hatten damals eine Atlantic Gold nur als Beispiel. Oder selbst eine B2 Gold, die damals eine Papillon Resources übernommen hat. Und daraus wurde dann die riesige Fekola-Mine, die über 500.000 Unsen pro Jahr mittlerweile produziert. Diese Storys fehlen dem Sektor. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wo man so auf den Sektor schaut und schaut, gibt es was Neues? Gibt es irgendwelche neuen Storys? Es entwickelt sich irgendeine ausgesprochen gut. Und das ist, glaube ich, momentan nicht der Fall. Und das fehlt dem Sektor ein bisschen. Natürlich ist es eine Momentaufnahme. Natürlich kann man solche Storys nicht erzwingen. Aber es fehlt. Und ich komme am letzten Punkt auch noch dazu, warum ich glaube, dass das ein bisschen fehlt. Dann haben wir Misserfolge im Mienenbau. Und das ist speziell in Kanada so zum Beispiel. Wir hatten Pure Gold. Das war ein Desaster. Wir hatten Alexco, die jetzt von Heckler übernommen worden sind, was alleine ein Desaster war. Rainy River, die New Gold fast zu Fall gebracht haben damals. Wir haben Algonaut, die gescheitert sind. Oder extreme Huill-Baukosten haben es eigentlich gedacht. So ein Schiffchen bei CapEx und so weiter. Also ich versuche es auf Deutsch zu bleiben. Wir haben genügend momentan Minen. Schauen Sie sich zum Beispiel mal eine Marathon an, die in Neufundland das Valentine-Gold-Projekt entwickelt, wie die momentan ausschaut. Jeder hat Angst, wenn irgendeiner eine Mine baut, dass irgendwas passiert, dass irgendwas schief läuft, dass irgendwie die Kosten aus dem Ruder laufen oder dass irgendwas anderes nicht funktioniert. Also von daher, momentan schreckt sowas tatsächlich ab, weil wir sehr, sehr viele Misserfolge gehabt haben. Auch das ist natürlich wirklich eine Momentaufnahme. Aber es ist eine Momentaufnahme, die, glaube ich, sehr, sehr viele Investoren momentan ein bisschen abschreckt. Bohrergebnisse dauern nach wie vor ewig. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, stellen Sie sich mal vor, das ist die Erdoberfläche, da stehen ein paar Bäume rum und jetzt sagen Sie, ich bohre da mal und ich bohre da mal und ich bohre da mal. Und Sie haben hier einen Treffer und Sie haben hier einen Treffer und Sie haben hier einen Treffer. So, jetzt sagen Sie, okay, jetzt möchte ich ganz gerne wissen als Unternehmen, geht dieses Projekt da oben weiter, geht diese Mineralisierung da oben weiter, dann bohren Sie und dann warten Sie auf dieses Loch, zwei Monate, drei Monate, Bohrergebnisse aus dem, das ist drei Monate, wo Sie hier nicht weitermachen können, weil Sie erst mal wissen wollen, geht es überhaupt weiter in diese Richtung, da warten Sie. So, wenn Sie dann nach drei oder vier Monaten das Bohrergebnis endlich bekommen, wissen Sie, okay, da geht es weiter, dann heuern Sie wieder Ihren Contractor an, also Ihren Trill Contractor, also der im Prinzip das Bohrunternehmen, das für Sie bohrt, der kommt dann ein oder zwei Monate später, bohrt hier wieder Löcher und von dem Loch, bis Sie diese Ergebnisse haben, vergeht ein Jahr. Und das ist einfach zu lange, da sind die Labore nach Corona nie wieder so richtig ins Laufen gekommen, sind immer noch hinterher, haben immer noch, teilweise, die sitzen noch momentan auf Proben, die Sie auswerten müssen, viel zu viele und die Laborkapazitäten sind nach wie vor zu wenige, von daher, das ist auch ein Problem, weil wie gesagt, als Investor sagen Sie, okay, wir haben hier einen Dörfer, wie geht es weiter und dann warten Sie mal, neun Monate, ein Jahr, das ist einfach. Aus Investorensicht kann ich verstehen, dass das schlicht und ergreifend zu lange ist. Einige Länder werden zunehmend zu unattraktiv und da sind zum Beispiel Länder dabei wie Mexiko, die momentan eine sehr, sehr, ja, mining-unfreundliche Politik betreiben. Burkina Faso zum Beispiel, einer der größeren Goldproduzenten in Westafrika, wo es momentan so ist, dass Sie sagen, ja, die Sicherheitslage in dem Land ist tatsächlich auch für westafrikanische Verhältnisse, die jetzt nicht allzu hoch angesiedelt sind, unsicher. Es hat immer wieder Überfälle gegeben und das ist alles so, wo Sie auch als Investor sagen, ja, möchte ich da wieder, wo Genehmigungen verzögert werden, zum Beispiel in Mexiko oder hinterfragt werden, sagen Sie mal bei Fortuna Silber nach, die können ein Lied davon singen, oder Burkina Faso, wo es eben Überfälle gegeben hat, da kann zum Beispiel Semarfo, der Rechtsvorgänger von Endeavor Mining, die davon sind, also das ist auch so ein Problem, wo Sie sagen, okay, da möchte ich momentan nicht investiert sein. Natürlich kann man in Burkina Faso irgendwann diese Probleme in den Griff bekommen und natürlich kann es in Mexiko bei einem Regierungswechsel wieder ein bisschen freundlicher werden. Dann haben Sie noch Peru dazu, wo es auch momentan Unruhen gibt, politische Unruhen, wo Sie auch sagen, möchte ich da unbedingt sein. Einige mussten ja zum Beispiel Kupferminen außer Betrieb nehmen, weil sie sagen, ah, das ist zu heikeln momentan. Also das alles spielt ein bisschen rein, was ein bisschen so abschreckt momentan. Und last but not least, ich glaube zumindest, das ist das Vorletzte, es fließt momentan relativ viel Geld in andere Sektoren, zum Beispiel in den Lithium-Sektor, wo die Bewertungen, es tut mir leid, wenn ich das auch mal deutlich aussprechen muss, momentan relativ aufgeblasen sind, während Sie im Gold-Sektor, ja, wo sie wirklich Produzenten im Gold-Sektor, teilweise für eine Größe von B2Gold, die eine Million Unsen produziert, zu dem Preis bekommen, wo sie im Lithium-Sektor ein Explorationsprojekt bekommen. Und das ist halt einfach so ein Ungleichgewicht. Und das zeigt aber auch eben, welches Potenzial denn dieses Sektor wirklich hätte, wenn mal wirklich wieder Geld reinfließt. Wenn nämlich Geld reinfließt, dann sehen die Leute erstmal, wie günstig, dass die Bewertungen nach wie vor sind. Ich habe vor kurzem gesehen, irgendjemand hat gesagt, na, das ist jetzt alles wieder fair bewertet. Hey, hallo, vergleich das mal zu anderen Sektoren und sag mal, was ist da fair bewertet, wenn ich ein Ein-Million-Unsen-Projekt oder Ein-Million-Unsen-Produzenten bekomme, was woanders vielleicht ein Explorationsprojekt bekostet, die noch keine Infrastruktur haben, die noch nichts abbauen, die noch keinen Cashflow haben. Also in meinen Augen da doch ein ganz, ganz großes Missverhältnis. Und der Mut fehlt etwas. Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass viele Unternehmen etwas mutiger sein möchten, sowohl an der Übernahmefirm als auch in Sachen Exploration. Viele sind jetzt schon wieder in diesem Modus, wir müssen das Geld zusammenhalten. Nein, wenn ihr ein Explorationsunternehmen seid, dann bekommt ihr das Geld, um zu trillen. Ihr könnt nur deshalb feige sein, wenn ihr nicht sicher seid oder nicht eine hohe Wahrscheinlichkeit seht, dass ihr dort trefft. Wenn ihr aber glaubt, wir haben ein super Projekt, dann trillt das auch auf. Das ist alles so, das kommt momentan so ein bisschen zusammen, das Ganze summiert sich so ein bisschen. Das ist eine Momentaufnahme, das wird sich wieder ändern. Nur einfach, das sind so diese Probleme, die in dem Sektor momentan vorherrschen und wo ich glaube, dass sich einiges tun muss. Zum einen muss wieder ein bisschen Geld reinfließen, die Unternehmen müssen wieder ein bisschen mutiger werden, die Abläufe in den Laboren müssen sich normalisieren und dann wird das Ganze auch wieder interessanter für Investoren werden. Momentan, wie gesagt, wenn ich neun Monate auf dem Bohrloch warte, dann muss ich sagen, da muss ich als Investor ganz schön Sitzfleisch mitbringen und das ist glaube ich so das, was momentan im Explorationssektor insbesondere ein bisschen abschreckt. Aber ich glaube, die Bewertungen sind so niedrig im Vergleich zu anderen Sektoren, dass sich hier relativ rasch ein ganz, ganz großer Run entwickeln kann und das ist glaube ich, dass das uns allen ein bisschen Hoffnung machen sollte. So, das war es heute von meiner Seite. Zu ungewohnter Zeit wohlgemerkt, diesem Donnerstag kein Video. Wenn Sie ihn möchten, aller Voraussicht nach wieder am Donnerstag in einer Woche oder Sie schalten einfach am Freitag mal beim Börsenpunk ein. Heißt doch Börsenpunk, glaube ich, der Jochen. Und da bin ich auch kurz zu Gast mit Hudi und stark schwitzend. In dem Sinn, machen Sie es gut, bis in eineinhalb Wochen. In dem Sinn, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020